Hallo Gina, Lisa, ich bin der Sammy aus der Schweiz und ich habe deine Sendungen gesehen und du hast mir einfach gefallen, ja, ja. Auch in der Schweiz gibt es das, das Fernsehen, ja. Und wenn du Lust hast, mit einem etwas bodenständigeren Mann, der noch weiss, wie man die Mischgabel in die Finger nimmt, eine Beziehung einzugehen, dann musst du einfach mich fragen, denn ich habe Freude am Bauern sein und an den Tieren. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und bei dieser Gelegenheit grüße ich noch meine Verwandtschaft, nämlich das Trudi und den Gerd. Ich wünsche euch einen schönen Spitalaufenthalt im Spital Oberlangenegg.